Wunderschönes Wetter wird bestellt für unser Turmberg-Auto-Workout, wie sich das gehört. Strahlend blauer Himmel und ich bin im Fahrrad unterwegs im Park. Ich hoffe ihr auch, damit es kein Parkhaus gibt. Feuer frei, ihr Lieben. 533 Stunden und dann eine halbe Stunde. Ohne Frühstück, mit Frühstück? Mit Frühstück. Was gab's? Es gab Müsli mit Naturjoghurt und Banasen und Kimbernen. Und woher Kassel das Rezept? So muss es sein. Der junge Mann, der guckt euch mal genau an. Morgen! Woher? Mr. Tee, Mr. Tee, Mr. Tee, jawoll! 50% Frauenanteil. Guten Morgen! Alles gut? Selbstverständlich. Heute schon gefrühstückt? Selbstverständlich. Und ruhig ein bisschen näher. Aufpassen, zuhören bitte! Und Augen auf! Tada! Rote bist fertig, gibt's die Gelbe und die Weiß. Nächste Woche erfahrt ihr mehr. 10 Stück, 2, 3. Einer noch dazu. Wer traut sich? Erwischt bei der Pause. Du hast Marco den Wald geschubst. Marco! Marco! Schön langsam. Eins nach dem anderen. Da ist er. Thurnberg. Morgen! Morgen! Tschüss! 4, 3, 2, 1! Arme ausschütteln! 20! 20! Auf, 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 auf! Was ist da hinten los? Runter mit euch! Arme zack, zack! 5! Das geht auch mit Maulschel! In einem schönen Popo gesehen! Ich kenne Killingen, Hier ist exceeding was Sie sehen. 1. Viel Spaß finde ich gut! 2, 7, ab, 9! Oh, danke! Hoch, einmal zack die Schubel! Wie in der Schule! 3 4 gewesen. Guten Tag! Klapp! Noch ein bisschen! Dies Training! 50 war eine gute Ansage! 6, 5, 2, 1! Ihr habt noch nichts von Pause gesagt! Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Mitkommen! 5, 2, 1! 5, 2, 1! Und den Tag! Jawohl! Sieht gut aus! Sieht gut aus! Die Dunkel sieht auch gut aus! 1, 2, 1! 1, 2, 1!